Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Pollack. Heute spielen wir Overwatch. Auf ganz entspannt hier mit dabei ist der Mio und der Veli. Wir spielen eine Runde ganz entspannt Overwatch. Am Ende des Videos werden wir Lootboxen öffnen. Deswegen das ganze Video durchgucken. Dann kleines Backopinning. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch sonst noch viel Spaß mit dem Video. Komm hier rüber. Wo? Komm hier rüber. Ja. Weil der Sigma soll hier gleich sein Schilder machen. Falls er das macht. Ne. Tschüss Sigma. See ya. Next time. So. Ich bin der Gottverdammt beste Heiler hier. Ich motiviere dich. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich mein Junge. Du schaffst. Vorsicht. Vorsicht. An Punkt. Irgendwo Reaper. Ali. Schalt dich. Motivieren. Hier. Baller, 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 baller. Bam, bam. Zack, zack. Geht. Okay. Ich hab dich genug motiviert. Meidem. Ähm. Der Anna. Die Heilung und Schaden hat. Äh Anna. Meura. Meura oder so. Achso. die haben sind ja genau das kannst du nachgucken über top die einer hat aber grad zieht hat auf mich gemacht ja das ist aber das aber kompilier ja kommen wir machen wir geben ihr motivation du bist aber schnell vertreten wird die motivation gehen müssen ja nein nein was passiert ist passiert ich könnte halt gerade wieder beleben aber wir müssen mehr irgendwie komisch ich bräuchte halt direkt vor mir ein schild macht das macht das du musst dich ich geb dir die drohungen die du brauchst ich halte dich weg die tonne ist so weit weg von mir ich motiviere dich jetzt mir okay warte brauchst du nicht mehr habe ich einfach nur machen okay okay jetzt bleibt jemand anderen weil man motivieren ist wenn ich bleib macht dauer motivation auch wenn ich muss wenn ich hier hätte ich gut so jetzt 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 könnt ihr wusste ich ich glaube an dich der andere heilt sich halt und nicht motiviert ich das ist echt geile kombo bei welchen macht so der wie viel schaden man ja 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 ich halte 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 aber ich helfe ich brauche heilung wo bist du bist du bist du bist du bist du da bist du scheiße da ich bin grad irgendwo ganz dumm reingelochten ich bin gold bei heilung zweieinhalb k ich hab's ja dass sie drauf ich hab mein ulti aktiviert und dann macht er one shot der bräuchte bis heute und der band wo bist du bist du bist ja ich sehe dich hat er zu spät gesehen heilung bitte wo bist du hallo ich habe ja der repart alle gefickte ich glaube der wird auch der beste jetzt sein im spiel der trüppel gerade er hat uns gefickt auf die war kein roboter mehr ja das bringt nicht die nehmen das ein aber ist auch nicht so schlimm leider sein ja es hat noch mal nicht zu erinnern ja jetzt muss er vier minuten aufhalten sein als barriere ist weg und ich schlafe wo auch ja ich noch leute ja ich wurde eigentlich schlafen aber ein weeper kauf und hinten danke 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 alles gut ich halte dich grad ich halte dich ich halte dich motivieren motivieren ich motivier dich ich halte ich halte ich halte ich halte dich ich bin tot von hinten sorry heilung leute ich hab halt meine ulti aber hat der ist schon geil gut ich motiviere den okay der muss mich beschützen deswegen heil ich ihn jetzt und du machst jetzt den job kapiech motivier dich fertig gut auch kommt nein ich wurde gepackt danke ich halte ich danke 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 ja kein ding kein ding ich wollte halt alle repassier beim sporen und sporen ja merke ich ja er war beim sporen ja können wir vergessen alles gut das ist ja noch nix 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 ne j т mix nix ich halte ich halte ich war okay die war es runtergefallen motivation fiktig schön 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 alles gut ich motiviere dich trotzdem habe ich die perfekte position hier auf park alter wird geräbt das kommt ihr nicht auf porn ab uvoo girl has been raped aktiviert also ich verteidige jetzt gerade und ich verteidige bin hier geschützt gerade für nur ich wollte ein bisschen heilung wo bist du bist du okay ob gleich wieder aufpassen ja ich bin ja okay ich habe ja ich bin tot aber guck dir mal auf die level hier vom unserem anderen heiler und von unserem anderen tank ich halte ja wenn ich glaube ich halte ich jetzt weil motivation bringt ich hab nichts zu sagen los leute deines der panzer zurück ich bin tot ich wurde geräbt da hinten von rüber ja auch nur contesten versuch erst mal nur dazu bleiben zu contest wenn ich auch immer irgendwie da zu bleiben nein geh Was ist denn mit dir? Ich... 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 Ey, Polacke Polacke, komm mit! Dreh dich um! Komm mit, komm mit, komm mit! Will dir was sagen? Ja. Okay. Warte mal. Ja, ich ja. Oh nein, der Polacke! Polacke! Er hat's mitbekommen! Willi hat's mitbekommen! Oh nein! Hey, wieso? Wieso werde ich mal gezogen? Einfach nur reingezogen! Oh! 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 Wir sind halt noch! Oh! teaspoonung! hop einfach! Oh! Oh! libertise... iconic! bedingungslose liebe ich hab für 2000 schaden okay gaben ja was ich lustig würde die gerne mich überhaupt nicht an verstehen bleiben nicht an unsichtbarkeit den overwatch entdeckt ich will auf meine position bleiben hallo deswegen ist ich halte nur mir und das klappte ich hab die koffer ich bin mit heilen nur silber nicht das akzeptiert doch nicht ich bin mit schade ich hab schon fast 4000 schaden ich habe jetzt schon acht eliminierung also bei mir jetzt ja ich halte ich halte ich hast dich machst du boom ane du bist dann gekommen war es einfach so blöd dass jetzt rupa kam hast gerade schon boom gemacht doch fett beschweren ja schönes ding Ich bin einfach so untergefallen, Alter. Warum merken eigentlich die Leute oben da nicht? Ich hab dich. I got you. I got you, man. Hilfe. Der Affe wäre nicht! Der Affe wäre nicht! Der Affe wäre nicht! Ich wurde penetriert. Ich wurde penetriert. Jetzt bin ich Goldstein. Okay, das war echt, das war echt dumm von dem. Vorsicht, Gegenverkehr. Gegenverkehr? Du meinst Geisterfahrer oder was? Oh, der hat noch ein HP gehabt, der kleine Wichser! Äh, hinter euch kommt Reapers von Herr Paulacke, bitte helf mir! Bitte helfen Sie mir! Ja, 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 ja. Schützen Sie mich bitte. Ich halte es so gut, so wie ich kann. Das war immer in meiner Runde. Alter, Junge! Ich bin bereit, die Waffe zu ziehen, wenn es sein muss. Alter. Wie er immer pusht der Mio allein. Das geht ja wohl gar nicht, der will mich einfach nur einlassen. Ja, Junge! Komm, komm, Verzeig! Ich halte den Verzeig jetzt mal. Kann gleich Bumm machen! Geil! Gut, also nicht mehr heilen, Jo! Ne, bräuchte ich, alles gut! Ja. Haben Sie ich gewonnen! Oh! Ich hab mal noch meine Ulti benutzt. Geil! Ich hab schon 6.000 Scharen, WTF! Ja, läuft! 14 Eliminierungen, 3 Zielfortschrittskills und nur 2 Mal gestorben! Das ist mal eine Runde! Das ist mal eine Runde! 6.000, das ist echt gut! Ich mach so 2.000 pro Minute! Ich mach 1.000 Heilungen pro Minute! Ich mach auch gerade um die 1.000 pro Minute! Und damage! Geil! Der läuft doch! Ja! Ich sag ja, das ist in einer Runde! Ich folg dem Mew! Du bist ja schlecht von denen, deswegen pushst du mich auch nach vorne! Ah, so vorne ganz vorne vorne! Oh, nö! Jetzt ist's vorbei! Ah, die Map ist scheiße, weil hier ist wirklich offen! Ja, auf, dass das scheiße ist! Von links, von links, Leute! Damit ihr Bescheid wisst! Danke, wer auch immer mich gerettet hat hier! Ich weiß nicht! Äh, ich bin nur... Sag mal, muss doch jemand geheilt werden! Von denen! Könnt ihr mir direkt sagen! Ich heil alle! Ich heil mich wie möglich selbst! Äh, meistens! Joa! Aber, ja! Ja, ja! Wie gesagt, könnt ihr ja immer sagen! Kurz mal Mew High! Wollen sich da sein Winston! Also, Mew wird so hardcore von mir grad geboostet, Alter! Ich glaub, das ist die Runde seines Lebens grad, Alter! Hast du grad die kleine Lesbe weggebumst? Ja! Ja! Hab ich's! Die wollen von hinten kommen! Ich bums einmal! Die ist tot! Geil! Äh, Mew! Wohin! Wohin! Warte, dich weg! Aber der hat mich angezogen! Der hat mich, äh, ich wurde nicht geboostet! Achso, ich hab mich schon gewundert! Warum du bei sowas reinboostet, Alter! Der Typ, der immer zweimal überlegt, bevor er was sagt! Äh, macht, meine ich! Du musst jetzt auf einmal rein, du! Jeder wohl gar nicht! Du kannst alles! Geil! Weeper will zur Bombe! Ich mach schon, alles gut! Okay! Zur Bombe vor allem, Link! Bombe! Ja, zur Bombe! Aber ist was, ich setz mich einfach hier rein! So! Ah, ne, ist langweilig! Ich glaub, Kills haben und Schaden! Ich hab echt nachgelassen! Nein, Polakke! Ich leb noch, ich leb noch! 9 HP! 9 HP aber nur! Jo, ich bin geil! Jetzt hab ich echt nachgelassen mit Schaden! Aber okay! Jo ist so richtig hoch geflogen, Digga! Gar keine Chance, Alter! Ich konnte dann nicht hoch fliegen, weißt du! Aber fuck! Nein! Wow! Die ersten paar Prozent von denen! Geil! Also die ficken uns doch! Das, 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 das kann wirklich passieren, ne? Wenn wir jetzt, äh... Jaja, klar! Also... Ja! Ey, ich glaub, wir sind... Papa, ich motiviere ihn! Papa! Ja! Ja, 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 ja! Das sieht nicht gut aus, das sieht... Das kleine Schweinescheiße, ey! Bin ja mal gespannt, wer dieses Mal... Ich glaube, diesmal kriegt aber, äh, der Junkrat! Nö, ich will den! Ich... Ich motivier dich! Oh, ich... Alter, ich hasse es so langsam zu sein, ne? Ja, ja, same! Aber... Muss man... Oh, okay! Ich bin tot! Sorry, Mew! Das überlebst du nicht mehr! 5700, äh... Oh, ich hab Scheiß auch noch! Ach, Reaper, du kleine Fotze, ey! Komm von hinten! Hm... Also ich finde am schlimmsten Diva und Reaper... Und, äh, Dings... Wie heißt der nochmal? Ich finde das Schweine am schlimmsten! Nö, gar nicht, Tigger! Doch, das zieht mich hier mal ran! Ich bin, äh, ich bin meine Festung und der kommt immer von hinten! Äh, ich bin betäubt, ich wurde betäubt, Leute! Einer weg! 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 Oh Gott! Aufpassen! Einmal hab ich da wie mit Büro! gleich ich komme jetzt nach ich komme direkt wenn ich kann ich komme direkt ich kann ich habe ich nach gelassen jetzt alle wir waren bei 90 prozent und die hat von 0 auf 100 gemacht ja auch das kann man doch das kann man doch kein erzählen alter und nein das ist die merke die ist richtig schwanz also für mich ist die richtig scheiße weil du hier nicht richtig mercy bloß machen kann es ja du kannst ja nicht richtig durchdrehen ich habe nur 10.000 schaden also da du kannst ja nun mit der ulti nicht richtig reingehen weil es in der mitte gibt also die die stürmer kacke weiß was ich meine in der mitte ist ein pfeiler und da können die sich hinterstellen ja ich motiviere gerade irgendeinen von auf komm her komm her komm her oh alter hauptsache wenn ich stopp direkt wenn ich stopp direkt ich hätte noch 230 schlägen oder so aber weil ich wohne so tot was passiert ich hätte das sammere aufpassen ich werde gefestet ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme mich die wollen mich die wollen mich ich habe wir schafft das also ich muss gab mir richtig alter selbst richtig motiviert ja versucht ihr habt ihr die bombe nein doch gut abdach du musst gut raus war es so locker wenn ich dann mit jahren mit jahren kannst wieder angreifen und die ich habe meine ulti wir haben heute auch gut ich halte ich nicht mehr ich wusste ich wusste ich also wenn du kannst also ich halte ich noch darüber es gab halt ruhe deswegen ah moin ich werde zu irgendeine nachricht habe ich bekommen und bist du noch hinter mir ja 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 von hier oben aufpassen hinter uns mir ich wurde betäubt ich gut betäubt ja ich bin tot du bist tot scheiße ja ich habe noch 9300 healing ich habe 12.000 schaden was ist das von hinten von der seite ich komme ich komme zu euch danke aufpassen von der seite hier von hinter mir dann kann kommunikiert die johann bei einer der schenke schenke oder nicht oder doch ich bin ich bin gerade richtig ließ am arsch die wollen mein sagt ich bin alle mein sagt du Oh, ich bin tot, scheiße Och ne, jetzt fängt's wieder an Oh man Aber nicht nachlassen Ne, klar, Digga Ich muss da hin, wo ich gebraucht werde Ich komm wieder von der Rotte Ich bin noch dauerhaft auf das Silberschaden Direkt am Anfang, Digga Ich wurde direkt gefickt Schaden bin ich permanent Oh fuck, die sind alle hier Ja, ich wurde direkt gekillt Ich komm jetzt, ich komm, ich komm Warte mal, wenn wir sie aber alle hier ficken Haben wir einen großen Vorteil Los, komm, 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 komm Glück gehabt Ich halte, ich wiederbelebe den Tank Motiviere ihn, gib ihm Du bist jetzt motiviert Du bist ja, wo bist du? Am Punkt Hier, hier, ich motiviere dich Motiviere dich Ich brauche Hilfe Wo bist du? Wo bist du? Ich auch Ich leg hinter dir Polakka, kannst du mich wiederbeleben? Ich leg hinten an dem Balkon Nein, ich kann das Ich kann das Und Mercy bin nicht Cool down Ja, ja, cool Komm, komm, komm Wir können auch gewinnen Wir können auch gewinnen Meine Rivalen habe ich gefickt Wo bist du? Los, Leute, wir müssen gewinnen Oh fuck, ich werde gerade nicht gefistet Ich werde gerade nicht nicht gefistet Ja, ich glaube, ich habe richtig nichts gefistet Ach, ich bin ja ein Idiot 99% Sind da Leute noch da Am, äh, Dingsen Ich komme direkt Verlängerung geht runter Schön, schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding Rat mal, wie viel Heilung ich habe, Nio Ich habe fast 15.000 Schaden gemacht Ach, du scheiße RIP hat aber auch jeden gefickt Ich war viel besser als der Ja, aber der hat das bessere Highlight des Spiels gemacht Es geht ja nicht darum, wer der beste Spieler ist Sondern wer der beste Moment hat Ja, da hat der mich gefickt Wow, nur drei Leute Ich habe vier Leute ineinander gekillt Ich habe vier Leute ineinander gekillt Ich hatte 51 Illuminierung Also Ja Ich hatte 10.000, äh, HP geheilt Alter, fast 15.000 Hauptsache, wie alle drei drin sind, Digga, wie geil Ja Schaden, Kills und Heilung Das ist mein neuer Rekord, wenn es um Heilung geht Da war ich Gold Also, das ist mein neuer Rekord, was Schaden angeht So Leute, jetzt machen wir ein ganz cleanes, äh, Pack-Opening hier Wir haben elf Packs Elf Wir öffnen jetzt Nummer 1 Da bin ich sehr gespannt, was da jetzt rauskommt Äh, nur grau und ein blau Äh, ja Keine Ahnung, was das ist Äh, oh, warte mal Oh, Spiel-Icon Ja, geil Das nimmt man mit Äh, jo Okay, kann man machen Ähm Neue Pack Öffnen Warte mal Das, was Goldens geht Gold, 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 Gold Direkt was, legendärer Legendärer Skin für Wie heißt der? Wie heißt der Wichser nochmal? Der Roboter Bastion Legendärer Skin Ja, ich hab Holz-Bot bekommen, Digga Uh, Holz-Bot, oh, der sieht halt nicht scheiße aus, aber ich würde mich holen War er von Bastion, oder wie ist der? Ja, Bastion, Holz-Bot, Holz-Bot vom Bastion Der ist echt geil, Digga Gib ihm Nächstes Pack, Alter Ja, wieder was Gold, da ist wieder was Gold Ah, Alter Fick dich, wieso? Das kommt immer Scheiße, es kommt immer Ich spiel so viel länger als du Das ist mein Bestes, was ich bekomme, aber war nur irgendwas OP-Episches Nein, ich hab nur ein Goldnis bekommen, kein 2 Was hast du jetzt gekriegt? Äh, nur blau Ich dachte, das wär was Siegerpose für den Soldaten Und nur Sachen für den Soldaten Spray Spruch Ja, aber kann man machen Ein Goldnis, egal Ich bin zufrieden bis dato Und? Was ist das? Oh, episch, episch Oh, ein epischer Skin für den Dings Wie heißt der nochmal? Äh, Clunk-Crad Clunk-Crad, Digga Den Galgenvogel Sprager Der sieht falsch aus Muss man zugeben Nehmen wir mit Jo Ähm, nächstes Pack Komm Gönn Papi nochmal was Goldenes Nochmal was Legendäres Na gut Das geht ja auch irgendwie fit Gut, das sind nur Sprüche Sprays und so Alles nur Scheiße Gut, nächstes Pack Direkt Komm Gönn Papi Och, Mann Und Skin für Dings Ähm Reaper Und zwar Königlich Das sieht fresh aus Königlich Halt elegant Muss man mal zugeben Warte mal Geiler Spray Äh, ich hab ein Spray, Digga Wo sich ein Typ von Äh, hier Wie heißt das? Vom Spiegel rasiert Sieht sehr fresh aus Gut, nächstes Pack Nur noch 4 Packs Oh Digga Es hat so lange geladet Digga Ihr kennt das doch wie bei FIFA Dass da immer so angezeigt wird Weißt du? Leute Äh Was du höchstens bekommst Auf Walkout Und so weiter Und da war so verzögert Das hat länger gebraucht Die Animation Ich dachte ich krieg was geiles Obwohl Ich hab ein Divas genutzt War Wassermelone Ja Ne Nicht geil Nicht geil Nix da Nix Pack Komm Gönnt mir Nochmal was blaues Okay Ich hab jetzt nur Anlag Weil du es heraufbeschworen hast Verli Du Arsch Halt die Fresse Du hast das Lila Bekommen Äh Und was Goldenes Ein Lila Nes Ein Goldenes Und so Blaues Ja meine ich Ja Und wieder Lila Für Charakter den ich benutze Du nicht Ja man Okay Ich hab für Echo Ne Sieger Pose Die ganz okay aussieht Und zwar Äh Statis Ne Wann mal Stasis 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 Er hat sich ganz behindert Für Pharao Pharao Oder wie die heißt Pharao Phara Phara Achso Wegen Pharao Digga Keine Ahnung wie Hab ich ne Sieger Pose Mit ein Äh Hier Mit einer Tasse Und ein bisschen Cash Nehmen wir mit Das Cash Oh Das wird jetzt Das Goldenes Nein Das ist jetzt wieder was Episches Aber Oh Was hab ich da bekommen Ähm Emote Unbeeindruckt Okay Geil Nehmen wir mit Äh Für Dings Äh Anna Sonst noch Bisschen Phara Und Jo Nix Freshes Letztes Pack Leute Letztes Pack Jetzt nochmal was Legendes Episch Ah Was Ich hab hier Äh Emote Von den Fetten Hamster Und zwar Reparieren Jo Sieht fresh aus Nennen wir mit Spiel den net Aber komm Ne Womit Insgesamt das Pack Opening Hat sich schon Relativ gelohnt Hier Äh Jo Kann man machen Ah ich hätte Vorschau machen können Und als Zeig Wart Warum hab ich noch ne Lootbox Ich hab noch eine Ah ne Standard Lootbox Achso Okay Öffnen wir Das ist jetzt die letzte Lootbox Und Ah Was seltenes nur Ähm Ne Skin für Sigma Alter Jo Nehmen wir mit Ja kann man machen Ich hab jetzt Keine Lootbox mehr So gut Na gut Leute Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wenn ja Lasst sehr gerne eine Bewertung da Auf ganz korrekt Würde mich freuen Schreibt in die Kommentare Ob ihr mehr von Overwatch sehen wollt Und folgt natürlich den Jungs Mew Und Valley Die sind in der Beschreibung verlinkt Folgt denen auf YouTube Sind inaktiv Die werden aber aktiv Glaube ich Mal gucken Ja Ich bin teilweise aktiv Ja Was Ich bin teilweise aktiv Teilweise aktiv Und Mew Wird Overwatch Sucht Na auf jeden Leute Ähm Ansonsten Abonniert mich Glocke aktivieren Auf ganz entspannt Und ich wünsche euch noch einen schönen Mittag Abend Oder keine Ahnung Wann ihr euch das Video angucken werdet Und wir sehen uns im nächsten Video Oder Stream wieder Ciao Ciao